Hier ist Kuhli Kirmes Der Kirmes-Kanal auf YouTube So, jetzt geht's los! So, herzlich willkommen an Bord, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Wie ist die Lage an Bord? Aufgeregt, Angst, Vorfreude, alles etwas, ne? Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich selber bin auch schon einmal mitgetragen. Ja, es war höher als ich dachte. So, ich wünsche euch aber viel Erfolg und wie bei jeder Fahrt bete ich für euch und für unsere Bremse. Bis jetzt hat das sehr gut funktioniert. So, jetzt geht's los! So, jetzt geht's los! So, Ladies and Gentlemen, heute letzter Tag, letzte Gelegenheit, hier noch einmal mitzufahren. Wer traut sich, wer fährt mal mit? Hier habt ihr sie. Die schönste Aussicht mit dem Mega-Kick am Ende, das gibt es nur hier und nur bei uns. So, Ladies and Gentlemen, wir haben das Penthouse erreicht, meine Damen und Herren, 80 Meter über Stuttgart. Und jetzt, an dieser Stelle, starten wir in unseren Countdown zum freien Fall. 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, was richtig ist, was richtig ist! Du bist in meiner gesamtenidge-Kick. Ja, da sind wir wieder. Danke schön.